Der Frühling 2019 steht vor der Tür und nicht nur der Frühling, sondern auch die Zecken und die Ameisen, denn diese Saison beginnt bereits schon im März. Und wie du dich davor schützen kannst, erfährst du auf unsere Kanäle wie Facebook oder YouTube. Du findest uns immer unter Kammerjägerprofi und hier hast du zahlreiche Tipps und Tricks, wie du dich davor schützen kannst. Ja, und bei Fragen melde dich einfach oder schreib uns in den Kommentaren oder über unseren WhatsApp-Support. Wir würden uns freuen. Danke, bis dann. Ciao, euer Manni.